das verstehe ich nicht liefern einen besten freund verstehe ich nicht wieso sind da so wollten da ist noch ein auto wie viel autos habe ich denn dann fahren wir da mal hin ist ja egal das ist ein spiel aber da ist doch ein auto wieso ist denn das andere auto nicht gekommen das ist jetzt total blöd gewesen na ist ja wurscht das ist ja natürlich war das quatsch hierher fahren zwei möhren das ist doch eigentlich ja nur zeit totschlagen oder tägliche quests abgeschlossen ja ist ja gut ja 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 das ist nur ein haltepunkt was ist denn das hier für ein keks ja fahren wir mal dahin ach das war dann hier so aufgedeckt oder was ach das wird so auf nee nee das wird nicht aufgedeckt noch mal ein apfel ja sage mal apfel sind ziemlich selten das wisst ihr was haben wir denn hier noch wo sehe ich denn hier meine marken was ist denn das schließe fünf auf fünf mal eine beliebige besuche einen gibt es ein fischladen wow die dinge sind cool die kann ich gebrauchen okay ach da ist ein fischladen ja kommen da vorne mal hin die die habe ich brot nein okay müsste ich brot müsste ich brot herstellen kann ich brot herstellen nein naja ist auch egal wo wir sind hier unten los aha so so na es dauert ein bisserl ehrlich das neue jahr kann man machen 208 erfahrung okay 208 erfahrung bis der banane denkst du wieviel zuckerrohr ich da brauche weil wir haben momentan entfällt zuckerrohr das ist nämlich hier noch alles in der in der produktionsphase gut naja die 27 mal bald schaffen gucken flammer denn 7 1 2 3 4 5 6 gewinnt ein bisschen näher hin ja die klingel kuscheln sind die alle näher schauen wir mal die brauchen noch aber die alle sind fertig die klingel füßchen ja kannst jetzt klar mal gucken wieviel hühner haben wir denn jetzt hast du aber ein bisschen übertrieben mit einem verkaufen von dem oder das ist soja weizen passt was will der herr denn zuckerrohr für 100 na ich habe 24 zuckerrohr ok das problem ist wenn ich jetzt hier zuckerrohr herstellen ich glaube wir müssen mal wieder baumwolle anpflanzen na baumwolle haben wir angepflanzt oder nicht indigo chili soja nein müssen wir anpflanzen dann pflanzen wir jetzt mal baumwolle an also ganz ehrlich wieso der ich habe das schon ein paar mal gesagt in den sendungen wieso der nicht einfach ähm motorrad nimmt oder wenigstens ein fahrrad aber der läuft jetzt diese ganze strecke da runter siehst du mal wie groß das ist das ist ja echt brutal ist ja das wie ein weihnachtsbaum ne mit dem halloween wie heißt der eigentlich bowersmith so also ich weiß ich glaube nicht dass ich mal bis hier runter komme da müsste ich ja echt fünf Jahre durchspielen oder wenn ich mal wirklich ähm geld über ähm youtube oder twitch oder was auch immer verdienen müsste ich das ja hier echt investieren weil ähm bis ich hier unten mal alles hin baum das wird oh Gott was ist das denn das ist ja schön hier Wasser aber das ertrinken die ganzen Bienen und die kleinen Insekten also da muss man was drüber tun sonst ist das nicht schön wo ist denn jetzt der Bub alter ist der langsam bin ich jetzt zerschlucken oh mein Gott ab auf 37 rap ab ab